mit schutzwaffen wo ich mir denke so leute sitzt euch doch unbewaffnet ohne ohne dass ihr angst haben ist irgendwie irgendwas zu haben an einem tisch ohne irgendwelche hintergedanken oder so einfach an einem tisch setzen sagen hier so wie sieht es aus was wollt ihr was wollt ihr was wollt ihr so ich sag mal ganz doof hier regierung a und regierung b weißt du regierung von a ist von dem einen land regierung b von dem anderen und da fragt man dann einfach nur so regierung a was möchtet ihr ihr wollt das und das gebiet haben okay notieren wir mal so wir können ja darüber diskutieren so und dann kann man sagen okay regierung b ihr wollt das gebiet nicht abgeben was wollt ihr dann so dass wir da dass man da ein kompromiss findet womit dann auch beide seiten einverstanden sein können zum beispiel ich meine ich finde es immer witzlos wenn man wenn man so so zu hören bekommt ja die und die regierung hat mal wieder streit mit der und der regierung also das land mit dem land und da denke ich um dieses gebiet und da denke ich mir so leute warum was wenn sich die zwei nicht einig werden die zwei länder wie sieht es denn mit geteilter regierung aus dass man sagt okay komm so sieht es aus wir kommen da nicht zum zum punkt wie sieht es dann aus wenn wir das so machen wir teilen uns das gebiet in der hinsicht wir machen dann so eine art rad so einen kleinen rad auf die hälfte vom rad gehört es vom einen land die andere hälfte vom anderen land so und dann einfach sagen okay wie sieht es aus wir diskutieren darüber welche entscheidungen dahingehend besser ist so klar häufig ist natürlich leider das auch mit dem glauben verbunden wo dann sei das eine land den ein glauben haben will den anderen land das andere wo ich mir dann denkt so leute lasst doch beide zu dass die leute doch selbst entscheiden ob wir glaube a oder glaube b die an den gott glauben sollen oder an den anderen so also ich kann vielleicht sein dass ich mir das manchmal ein bisschen zu einfach denke aber manchmal muss man auch einfacher denken um es halt dementsprechend vielleicht auf ideen zu kommen die die jahrelangen krieg zum beispiel verhindern können also ich meine mal ist ja nicht so dass das man einfach sagen muss so hey was weiß ich wir hauen uns so lange auf die fresse bis bis einer noch steht so also das ist ja auch nicht immer die lösung gewalt ist nicht die lösung und das weiß ich auch weil ich habe damals auch versucht meine probleme mit gewalt zu lösen was man heutzutage mir jetzt zum beispiel auch nicht mehr an sieht dass ich gegen aggressives kind war also wirklich aggressives kind kann man wirklich sagen weil in dem sinne meine schulzeit größtenteils war ich auf verschiedensten schulen weil hier in lübeck war sogar das schon so weit gegangen dass ich halt wirklich nur noch am rand bezirk sage ich jetzt mal einen platz für eine schule von der schule eine chance bekommen habe wenn ich stationäre therapie gemacht habe so also 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 eine anti aggressions therapie so und ganz ehrlich da habe ich sogar versucht dementsprechend am ersten tag schon schon abzuzischen wieder weil es so weil ich keinen bock drauf hatte aber das ist halt nun mal nicht sinn der sache und ich meine wie gesagt ich es kann gut sein dass ich mich mir das einfach zu einfach vorstelle weil ich bin kein politiker ich habe keine ahnung was da alles so an sachen hinter steht so ich bin zwar politisch interessiert in dem sinne dass ich sage okay hey wie sieht es aus was weiß ich thema klimawandel Denke ich mir so okay da müssen wir unbedingt was tun weil man sieht ja die pole gehen zurück also die schmelzen das eis am nord- und südpol wir merken okay die wette wetterlage hat sich im vergleich zu meiner jugend ziemlich geändert so von wegen dass es keine weißen weihnachten mehr gibt dass das ist manchmal Ich sag mal so im hochsommer Temperaturen annimmt wo man sich denkt alter sind wir hier im winter Aber da denkt man sich dann so Wie soll man das alles hinkriegen weil in der hinsicht Es betrifft ja nicht nur uns hier in deutschland Es betrifft ja eigentlich uns alle auf der welt In irgendeiner art und weise ich meine Immer wir kriegen es ja auch so beiläufig immer mal mit Wie das ist mit den katastrophen in amerika So flut katastrophen wir haben es jetzt vor kurzem jahr mitbekommen mit den mit der flut katastrophe Nordrhein-Westfalen was ja ne deutschland ist so Wo wir dann auch gucken müssten so okay Es ist halt jetzt tatsächlich schon vor der tür Und die hochwasser katastrophe war ja auch nicht gerade geil die Sowas ist nicht geil Deswegen man muss halt schauen Hey wir haben da probleme Die wir versuchen müssen zu lösen weil sonst auf dauer Das zu größeren problemen führen wird Gerade was halt eine natur angeht weil wir haben einfach viel zu lange die natur auch ausgebeutet das ist so Und da ist keiner Ich sag mal harmlos gegen oder unschuldig gegen Es sei denn natürlich gerade neu geboren Die können ja herzlich wenig dazu beitragen Also neu geborene können ja herzlich wenig dafür aber ich sag mal die leute die wirklich schon Im erwachsenen alter sind Gerade die sollten dann schauen Was machen wir Was machen wir So was was können wir tun was Das ist so Unsere on point motivation Sag ich jetzt mal so Und das ist halt das was man Na Sieht schon mal besser aus als vorher muss ich sagen Jetzt noch den boden natürlich aus wechseln aber Wie gesagt das sieht schon mal ein bisschen besser aus als vorher Ja und wie gesagt also wir müssen gerade jetzt zu solchen zeiten Ich meine mal Klar wir müssen uns auch erst mal von einem problem ins andere stürzen in der hinsicht weil Momentan ist halt noch pandemie so Und ich muss ganz ehrlich sagen auf eine seite jeder kann sie sollte selbst entscheiden was er machen kann aber Dann denke ich mir manchmal auch so leute Ich bin zweifach geimpft ich habe mich impfen lassen mit bayern tech so Ich habe beide impfungen durch soweit Ich muss halt auch Maske tragen so Gerade in öffentlichen verkehrsmitteln und auch Im laden und ich mich trifft es dahingehend ein bisschen schlimmer als ich sag mal so Also schlimmer bezogen auf maske nicht auf jetzt irgendwelche arbeitssachen aber Bezogen auf maske betrifft leute wie mich schlimmer als jemand der ich sag mal ganz doof nur Irgendwie Was weiß ich büro arbeit macht Wobei die büro leute haben halt viel home office gehabt Wo ich mir denke so Das ging bei mir wäre bei mir zum beispiel nicht möglich gewesen weil ich bin kaufmann im einzelnen im lebensmittel 1 Wohl bemerkt das heißt ich muss im laden stehen Okay aktuell bin ich nur auf 25 stunden teilzeit kraft Also keine vollzeit Aber ich sag mal so An manchen tagen stehe ich da auch Ich sag mal 6 7 stunden Je nachdem wie es halt vertraglich da Arbeitsplan mäßig da eingeplant bin 6 7 stunden nur mit maske auf so Beziehungsweise zwischendrin in der pause die ich vielleicht mal eine halbe stunde Habe oder eine stunde je nachdem wie lange ich da bin natürlich Und eingeplant bin Aber Die meiste zeit stehe ich da wirklich mit maske auf weil ich halt Dementsprechend da Auf der ladenfläche rum renne Ware nachpacke Bestellungen mache Irgendwelche schilder kontrolliere MHD kontrolle frische kontrolle also eine frische kontrolle im sinne von Ob jetzt obst gemüse zum beispiel Gammelich ist irgendwelche fragen beantworte Von kunden von kassen Die dann preis brauchen und 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 also im grunde Ich springe im laden im dreieck Manche an manchen tagen wenn gerade viel los ist Muss muss dann ich sag mal ganz dufes beispiel wenn ich eine spätschicht habe obst gemüse abteilung bin Dann muss ich erst mich um die obst gemüse abteilung kümmern nebenbei muss ich noch abhol service machen Dann muss ich mich natürlich um die fragen der kunden kümmern um die fragen die von der kasse kommen um preise und sowas ich muss mich dann halt um die hygienischen aspekte auch kümmern also sagt maschine sauber machen salat war fertig machen und 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 Eine säfte packen und mhd ein pflegen und 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 Das sind halt aufgaben die fallen halt an die gehören zum beruf dazu Das heißt die muss ich halt machen Aber in dem sinne renne ich wie gesagt wie so ein bekloppter durch den laden und und mach meine aufgaben und alles mit einer maske auf auf der nase wohnt da man und dann das versteht ihr glaube ich alle die so eine medizinischen masken zumindest tragen Also nicht diese ffp2 masken sondern wirklich diese op masken Man kriegt auf dauer da schlechte luft man Hat häufig dann bei diesen masken Halt im kriegt schnell mal durst also das ist deswegen Und ich verstehe dann manche querdenker auch nicht wo wo sie sagen so wieso sollte ich maske auftragen ist es bringt ja eh nichts wo ich mir denken soll alter jetzt lass du mal positiv sein Dann steckst du hier gefühlt alle an so und wir kommen aus diesen ganzen maßnahmescheiß gar nicht mehr raus weil im grunde wir wir können corona und da bin ich ganz ehrlich der meinung auch dann corona wird wie wie die krippe Weißt du die die können wir nicht hundertprozentig besiegen aber wir können sie soweit Eindämmen dass wir wieder ein normales leben führen können so das können wir aber auch nur wenn wir dementsprechend alle uns an die regeln halten dahingehend auch keine corona party so oder so feiern Dass wir da dann wenigstens Ich kann es nachvollziehen für die leute die Aufgrund von erkrankungen oder so sich nicht impfen lassen können Die nehme ich da jetzt echt raus weil Gesundheit geht vor und wenn ihr das wirklich nicht Aufgrund von gesundheitlichen aspekt nicht könnt Okay das verstehe ich Aber es gibt leider viel zu viele leute die sich sagen Warum sollte ich Wo ich mir denke so alter du bist Abgesehen davon dass ich nicht weiß wie ob der typ vor mir jetzt Gesund ist im sinne von ob er positiv oder negativ getestet ist Also spreche corona hat oder nicht Ist er Nach augenscheinlichkeit gesund So Wohlbemerkt Das heißt in dem sinne sollte da nichts passieren Außer vielleicht ich sag mal Bisschen Nebenwirkung so weil jeder körper natürlich sie anders auf diese impfstoffe reagieren Ich habe arbeitskollegen die haben gesagt alter Ich lag den ganzen tag flach Ich hatte schüttelfrost sonstigen scheiß wo ich mir denke so okay aber dir geht es jetzt wieder besser Ich meine ich habe mich jetzt Ich glaube juli und august war meine termine wenn ich jetzt richtig mich erinner Juli und august das ist jetzt über Monat her Sogar noch mehr so und ich hatte weder an den tagen wo ich mich Impfen ließ irgendwelche nebenwirkungen Geschweige denn Hier danach Bis heute Irgendwelche nebenwirkung So das heißt in der hinsicht Ist es ja so dass sich dann natürlich Man sagen kann ich habe Corona impfung bekommen ohne nebenwirkung ohne komplett ohne Und das muss man sich mal geben Viele viele Denken sich so an die was ist wenn ich hier flach liege und so Was ist wenn wenn du an diesen scheiß virus drauf gehst Und glaubt mir da Ich ich gehe mal stark davon aus klar ich kenne jetzt selber kein Im bekannten kreis wo ich wüsste ob der da Corona irgendjemanden verloren hat Das weiß ich nicht so aber Ich sag mal die leute die Verstorben sind sag erzähl denen mal oder den angehörigen hingehend mal Dass du nicht an einem Coronavirus glaubst Beziehungsweise nicht dran glaubst dass man daran sterben kann weiß Deswegen ich finde es man manche leute einfach In mancher hinsicht sollte man leute Gerade was querdenker geht einfach mal Zwangs testen so hartes klingt wirklich zwangstesten ob dies gesundheitlich aushalten würden Und dann einfach zwangs impfen damit wir aus diesen scheiße corona virus rauskommen so gut es geht So hat wie gesagt so hart es klingt Aber dann auch wirklich nur die die von sich aus wirklich sagen warum sollte ich Weil ich finde so was einfach eine frechheit Von den leuten die einfach sagen Ich habe ich habe keinen bock drauf so Ach so warte mal Ich muss ja für das feld ja eh erst mal In den gala Beziehungsweise Ich brauche erst mal redstone Brauch redstone damit ich hier halt auch schauen kann Ich werde jetzt erst mal glaube ich gleich noch mal ein bisschen auf wandertour gehen Damit ich noch ein bisschen material farmen kann Ich brauche dafür Ich nehme mir hier die drei diamanten Das eisen mit So Mach mir hier auf jeden fall schon mal eine Spitzhacke Aus dias Eine dia spitzhacke Und natürlich dementsprechend natürlich eisen spitzhacke Eisen und dia spitzhacken So aber genug von dem wehleidigen thema sage ich jetzt mal Wir brauchen das ja nicht zigtausend mal wiederholen Ich finde es nur eine frechheit In mancher hinsicht sehe ich das einfach als frechheit Dass da welche sich für zu wichtig halten In der hinsicht um sich dann der allgemeinheit über zu verpflichten sich zu impfen zu lassen Aber naja wie gesagt das ist meine meinung jeder kann seine eigene meinung haben Und vertreten Das brauche ich nicht das brauche ich nicht Eigentlich brauche ich da soweit Nicht wenig Haltbarkeit Da muss ich mal gucken ob ich Die haltbarkeit darunter kriege So Nein Schnee nochmal hier Zack Okay Jetzt brauchen wir erstmal irgendwo eine bereich Eine bereich Mal in die richtung war ich in die bereich die war ich Ich glaube in die richtung war ich noch gar nicht unterwegs oder Also Kann vielleicht sagen Fackeln Fackeln Ich brauche Fackeln Dann darf ich doch nicht lange Fackeln Gott Schlechtes Wortspiel Naja Hier drüben irgendwo waren die doch drin leiter sticks darf ich habe die oberen gemeint so das boot lasse ich mal mit dem bett dahin Nutzen wir gleich mal hier und gleich mal alle fackeln gleich mit Könnt ihr aber auch Ich weiß ich wiederhole mich hin und wieder mal aber könnt gerne auch zu einigen themen die ich anspreche eure meinung da kundtun Dann wird mich zumindest interessieren was ihr wie ihr halt gerade zu solchen themen wie Corona und so Hallöchen Hallöchen Dicht lasse ich mal leben damit ich hier halt noch mehr Nice Also hühner habe ich schon mal Nice Richtige urwald hier an liane Tropenbiom wäre halt wirklich noch geil Wenn man wirklich noch so ein kleines tropenbiom finden könnte Kohle Kohle nehme ich natürlich mit Kohle können wir nicht genug haben Okay ich glaube da suche ich mir später mal andere Kohle hier stört mich das Wasser oder ich hole es später das kann natürlich auch sein Also ich mag mag vor allen dingen auch dieses resource pack weil hier du siehst richtig wie geil das aussieht mit den algen und so Du hast hier so ein richtiges kleines sumpf biome und scharfe Alter schubst du mich doch nicht Finde ich schon geil gemacht Okay sah nur so aus ich dachte werden hexen aus oder so Schweinchen Die schweine echt komisch aussehen also wenn man so die standard minecraft schweine kennt ne und dann sieht man solche denkt man sich auch so Alles klar Ist aber ein großes Sumpf biome Zählt ja eigentlich als sumpf biome hier der ganze kram Ich schaue sie Lasst mich irgendwo hoch noch mehr hühnchen schnee gebirge schweinchen doch nach kürbissen aus witzigerweise was ich auch nachvollziehen kann weil ich habe ein paar kollegen die minecraft halt auch zocken und eigene server und so haben so ich habe von zwei leuten schon die anfrage bekommen von wegen ob es entweder mitspielmöglichkeiten gibt oder ob ich auf deren server kommen will wo ich mir denke so ist zwar nett gemeint aber ich möchte eigentlich dieses jahr hier als solo projekt haben damit ich hier ein bisschen auch mein real talks darf quatschen kann ich meine man kann gerne mal sagen okay hey komm wie sieht es aus wie ist die meinung zu dem und den das das lasse ich da gerne mir erzählen und man kann gerne darüber diskutieren so das ist kein problem aber ich sag mal so ich will diese welt auch für mich alleine ein bisschen aufbauen damit ich auch ein bisschen sehr hey das habe ich geschaffen während ich eigentlich nur über mich und die welt gequatscht habe und das war jetzt normales zuckerrohr habe ich ja genug zu hause und ich bin nicht böse oder so ne also wieso auch aber ich denke mir da nie danke ich nutze nutzt das lieber für mich selbst als kleine eigen inspiration eigen produktion wie man es auch nutzen will also da wie viele seerosen sind denn hier und da schnell wieder ab an land ganz ehrlich viele seerosen blätter man hier allein schon gegen fährt ist ja schon schrecklich so gut habe ich eingesammelt muss ich nur mal kurz hier oben hin weil es für dunkel schnell mal pennen da oben die nordlichter ja 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 ja